Was machst du für ein Schnüsschen? Was machst du für ein Schnüsschen? Was machst du für ein Schnüsschen? Was für ein Schnüsschen hast du? Was ist das von deinen Zähnen? Sieht witzig aus. Wuppala! Hast du den Ballon gekickt? Ballon gekickt. Ja, einen Feinballon hast du. Feinballon. Wo ist der Ballon? Ja. So, was ist mit denen? Stefanie ist krank. Marc wollte sich gleich wieder melden. Und sie hat Angst, dass sie Eva ansteckt. Ich hab gesagt, Eva ist ja gleich nicht da. Ja, auf jeden Fall. Eva. Oh, Eva hat den Ballon. Hast du den Ballon? Ja. 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 Ja.